Ja, jetzt sind wir kurz von E-Sport zur Software gekommen, aber jetzt das Medion-Kerngeschäft ist halt nach wie vor die Hardware und Spiele müssen eben auch auf Hardware laufen und dafür habe ich den Danny dabei. Danny, ich verliere noch kurz ein paar Worte zur Medion-Hardware und vor allem zur Medion-Eraser-Hardware im Allgemeinen, denn da haben wir ja jetzt schon viele Jahre, weit über 15 Jahre auch schon Erfahrungen gesammelt im Gaming-Bereich von ehemals gerade mal einem PC-System, was wir da hatten, also wirklich dediziertem PC-System, hin zu einem kompletten Portfolio heute an verschiedensten PCs, aber auch Notebooks und Peripherie. Und du, Danny, kannst du uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen, für wen denn die Systeme überhaupt sind? Wir haben uns entschieden, also über die Jahre hinweg, dass wir nach dem Good-Better-Best-Prinzip unsere Produkte in E-, P- und X-Serien einkategorisieren. Beginnend würde ich gerne mit der X-Serie, da sie auch historisch unsere längste Serie ist, die wir im Portfolio haben. Die X-Serie zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass man jedes Spiel, egal welches auf dem Markt es gibt, auf sehr, sehr hohem Niveau spielen kann. Man kann auf voll hoher Auflösung spielen, man kann die Texturen hochdrehen und so weiter. Das Spiel wird immer weiterhin flüssig laufen. Das ist auch unsere Hardware-anforderndste Serie, die wir haben. Wenn ich jetzt mal das Beispiel am PC nehme, achten wir natürlich auf eine hohe Qualität, aber im PC-Bereich nehmen wir dann zum Beispiel Gehäuse wie von Invin zum Beispiel von der Marke oder achten darauf, dass wir Grafikkarten benutzen von MSI, RAM-Riegel von HyperX oder von Patriot Viper. Also grundsätzlich Markenkomponenten, Retail-Komponenten, die wir da einsetzen. Genau, Markenkomponenten kommen dort zum Einsatz. Weiter achten wir natürlich darauf, dass das Design sehr, sehr außergewöhnlich ist durch LED-Beleuchtungen etc. oder durch RGB-Lüfter zum Beispiel, die auch beleuchtet sind von innen oder eine Glasseite haben, dass man auch natürlich die super tolle Hardware sehen kann. Dazu achten wir natürlich noch darauf, dass die Geräte auch eine gewisse Erweiterbarkeit haben, dass die Langlebigkeit dadurch gewährleistet ist, dass ich mein System aufrüsten kann, wenn wir jetzt ein paar Jahre ins Land gesprich sind. Ja, das ist halt die älteste Serie, die wir haben, damit die leistungsstärkste, die wir haben. Nach ein paar Jahren haben wir dann angefangen, auch eine P-Serie einzuführen. Die P-Serie ist dafür geeignet, auch Spiele in guter Qualität spielen zu können, aber nicht jedes Spiel muss unbedingt auf maximale Leistung laufen, um spielbar zu sein. Dafür haben wir die P-Serie eingeführt, zeichnet sich auch durch ein etwas schlichteres Gaming-Design aus. Zum Beispiel, dass man auch im Designbereich noch eine RGB-Tastatur verbaut hat oder ähnliches. Und jetzt zu guter Letzt haben wir eingeführt die E-Serie, da sich A-Spiele auch ansiedeln, die nicht so leistungsstark sind und zum anderen halt auch digitale Dienste, wie der Cloud-Gaming-Dienst, den Richard gerade gesagt hat, auch gezeigt hat, dass man nahezu auf jeder Hardware auch mittlerweile spielen kann. Ja, genau. Ja, deswegen hatten wir uns dann entschieden, die E-Serie auch einzuführen. Nichtsdestotrotz, also auch nicht nur der Cloud-Gaming-Dienst, sondern auch Marktzahlen, wie beispielsweise von GfK haben uns gezeigt, dass in diesem Bereich auch ein Bedarf herrscht, noch weiter unten anzusiedeln im Gaming-Bereich. Die Zahl ist ziemlich groß und da wollten wir dann gerne mitmischen.